Ein neuer Tag Ein Geschenk des Lebens, des Aufwachens und Wissens, dass Gott mir nahe ist. Denn er ist mein Glück. Die Freude des Beschenktseins. Denn in allem, was ich tue, es ist die Liebe von Jesus Christus, die mich drängt. Sie ist kraftvoll und geduldig, sie ist großzügig und verändert, sie motiviert und setzt Menschen frei. Sie lässt uns andere in ihrer Bestimmung sehen und in ihnen das Tiefverborgene erkennen. Sie hebt ihre Gaben hervor und bringt sie zur Entfaltung. Und dies geschieht durch Menschen, die bereit sind, in andere zu investieren, zu ermutigen und auf dem Glaubensweg zu begleiten. Ich wurde so reichlich beschenkt. Es ist meine große Freude, das mit anderen teilen zu dürfen. Denn es ist ein Geschenk, das nicht festgehalten werden will. Es ist ein Geschenk, das weitergegeben werden will. Eins, das im Geben wächst und in den Händen vermehrt wird. Mein Name ist Ivona Krawczyk und ich bin Bery Annerin. Ich bin Bery Annerin.